Liebe Sängerinnen und Sänger vom Theaterchor, Arne und ich, wir sind heute für euch nochmal in der Musikschule, weil wir im Mönn ja nicht zusammen singen dürfen. So singen wir über Video miteinander. Zwei Lieder, das erste, »Flog ein Vogel«. Singt mit! Flog ein Vogel, blauer Vogel, von den Bergen hoch herab. Und er sah, dass Jesus' Kind, wie es in seiner Krippe lag. Und er sah, dass Jesus' Kind, wie es in seiner Krippe lag. Halleluja, Halleluja, Jesus und Maria. Halleluja, Halleluja, Jesus und Maria. Und der Vogel, blauer Vogel, aller anderen Vögel rief, zu dem Jesus' Kind, das ohne Angst in seiner Krippe schlief. zu dem Jesus' Kind, das ohne Angst in seiner Krippe schlief. Halleluja, Halleluja, Jesus und Maria. Halleluja, Halleluja, Jesus und Maria. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, Halleluja, Jesus und Maria. Halleluja, Halleluja, Jesus und Maria. Halleluja, 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 Jesus und Maria. Halleluja, 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 Jesus und Maria. Halleluja, Halleluja, Jesus und Maria. Alle lachten und tanzten beim Stall. Jetzt fehlt nur Miriams Vögelchen. Das nächste Lied ist Feliz Navidad. Das haben wir noch nicht gesungen, aber ich glaube, ihr kennt es alle. Singt einfach mit. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Komplett neuer Anniu y Feliz Navidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. So klingt es fröhlich durch die ganze Stadt. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht. Und ein gutes neues Jahr. Feliz Navidad. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht. Und ein gutes neues Jahr. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit. Davor natürlich auch einen schönen Advent. Und anschließend einen guten Rutsch. Denn davor werden wir uns nicht sehen. Aber doch hoffentlich so bald wie möglich danach. Genau. Alles Gute euch.